hallo und herzlich willkommen zu chart bauen es ist sonntag es ist 5 uhr 30 morgens ich bin vor 30 minuten aus meinem koma erwacht ich konnte einfach nicht weiter schlafen und ich habe am sonntag immer so das ritual dass ich zum beispiel auf steam schaue was es zum neues gibt und heute ist mir da chart bauen ins auge gefallen chart bauen kommt aus dem hause spirit walk games ist ein free to play early access spiel wurde am 6 april released und download größe ist derzeit so ungefähr 1,6 gb ich habe mir nichts zu dem spiel angeschaut ich schaue mir das einfach jetzt blind mit euch gemeinsam an und wenn ihr das spiel startet bzw einloggt landet ihr genau hier was ziemlich witzig war wenn man hier in den optionen zum beispiel schaut und hier auf grafik geht hat mal hier quality level und man hat jetzt nicht wirklich eine auflösung außer man macht halt fullscreen back und bei quality level haben wir hier high medium oder potato das hat mich schon überzeugt das halt aufzunehmen und ja schauen wir einfach mal was hier passiert prolog part one majesty the area is overrun i insist remove you to the palace secure queenhedrim leave our pursuers to me Attacking the capital, tsss, this won't do. Suppress her powers first, I don't want her ripping our bones out. That's a joke, right? She's an elite bloodbinder, she turn us inside out with a snap of her fingers. It's adorable that you think I need my powers to turn your inside out. Okay, Mission 1, Her Majesty. Okay. Okay, wir haben hier also ein rundenbasiertes Spiel, alles auf Tiles passiert. You lose if your hero dies, alles klar. Seems I will need to deal with the wavebreakers before finish of the marksman. When melee units attack each other, they both take damage. Okay. Okay, wir bekommen Verstärkung. Servants, Delightful, bring these dogs to heal. All units can move up to three tiles and attack once per turn. Okay, man kann halt so drei Felder sich bewegen und einmal pro Zug angreifen. Okay, also Einheiten, die gelb umrandet sind, sind nah genug, um irgendwas anzugreifen. Die, die blau umrandet sind, sind zu weit weg. Das heißt, wir bewegen die einfach hier hin. Und mit dir kann ich gar nichts machen. Okay, was ist jetzt? Okay, ich glaube, da hatten wir kurz einen kleinen Bug. Entern. Entern? 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 I would best continue to ensure the Queen's safety, I don't need a global war battering my conscience. Let us try to catch up pets, they won't last long without us. Okay. Victory. Rewards. Okay. Also, wir sehen hier schon, das Ganze basiert halt auch auf Spielkarten. Und das war unsere Einführung. Prologue Part 2. Arrow and Shield. Let's do it directly. Let's do it. They are closing in, fall back. When ranged units are attacked, they don't return damage. Alles klar. Breaking through this blockade without my powers has proven challenging. Fear not, I'll be your shield, venerator. Form up, protect our marksman. Ranged units can attack from any distance but need line of sight. Okay, so that was a nixemweg sign. Stay out of sight, stick behind the others and take cover behind the wall if you must. Got it. Freundliche Einheiten blockieren nicht an line of sight. Gegner jedoch schon. Okay. Mein Zug. Ich kann jetzt quasi drauf schießen. Ich kann jetzt quasi drauf schießen. Du bist mir. Und hier sind wir. Kann ich jetzt noch angreifen? Ja, kann ich. Okay. Man kann sich also bewegen und angreifen. Du bist mir. Also das war's mit meinem Zug. Oder nicht? Aber ich kann mich trotzdem noch bewegen. Okay. Bewegen wir uns hier hin. Okay, die rasten hier völlig aus. Ein Schaden? Das ist ja nix. Der ist uns jetzt umgekippt. Das hätten wir. Wir sind hier. Our path is clear. We need to move quickly to the palace. Very well, but I need you to join Verden at the academy. Secure my daughter's safety. Yes, Majesty. Don't worry yourself Adrian. I'm in good hands. Lead on venerator. wieder neue karten. Teil 3. Breaking Iron. oh das sind aber viele stay behind me princess take him down fire princess he didn't get here get her out of here i'll cover your escape okay fenya break iron who's he talking to finishing move thundering fist here we go fenya don't pull any punches i've never pulled a punch in my life boss watcha mission 3 breaking iron you summon minions to your side of the battlefield by playing cards you draw a card at the start of your turn cards cost mana to play you gain a mana every turn okay das ist ziemlich standard ein helion recruit 3 angriff 3 hell und ich kann es irgendwo auf meiner seite des schlachtfalls beschwören what he pulled somebody right through the weave of course he did idiot he's linked to that beacon take him out miniotes cannot move or attack on the turn they are played okay waiting hmm 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 ok das man erfüllt sich jede runde wieder auf spezial effekte hat plus zwei angriff wenn er auf high ground steht den fall haben wir hier aber nicht das sieht auf jeden fall verdammt cool aus das game der könnte sich noch bewegen dann steh mal hierhin charge them right i feel the blessings of the weave returning to me some units have activated activated ability i'm at full strength again fenya let's finish this oh yeah pass them up big guy noch ein recruit add a random blessing card to your hand für 2 mana summon this minion next to a boulder hallo ok looking for a shot aha das heißt die suchen sich auch intelligent den besten weg um zu treffen let's hurt people let's hurt people die ist schon ziemlich angeschlagen die man die mal zurück we've got this und enttern das ist eine explosion wir holen uns hier wieder einen rekruten wir holen uns hier wieder einen rekruten und jetzt haben wir mehr angriff ah so klappt das auch so aus das sieht verdammt cool aus holen wir uns noch eine karte okay give a friendly minion plus 2 health okay du kannst noch kowashi crusher 6 attack 7 health kowashi crusher 6 attack 7 health dann schauen wir uns auch mal an oh da ist groß also die sounds an sich gefallen mir echt gut bei dem spiel also die sounds an sich gefallen mir echt gut bei dem spiel okay hey we that was great the princess got away and we got the pound on some bozos fenya this is no game if the durant capital falls the empire will fracture our queen needs us kids we don't have time to wring our hands hell up let's go victory neue karten teil 4 securing heaven that beacon gives them a strategic hold on this whole area that beacon gives them a strategic hold on this whole area a wonderful objective for the queens guard to secure ma'am well identified combat mode rupert our house is worn to the queen we cant let the capital fall to this backwater thump your noble words deeply inspire my combat processes ma'am surrender of fairies the west guard cooperation form rank protect me at all costs sir besiege den gegnerischen helden das ist meine starttan ausrufezeichen bedeutet dass ich in der nähe von einer gegnerischen einheit stehe die angreifen kann kaboosch wir holen uns hier den ja du bleibst da stehen so wie geht es jetzt hier weiter der kann fliegen und dann haben wir hier noch den phalanx leader der buff unsere einheiten alle bloß ein schaden er kann schießen und angreifen aber den werden wir einfach mal auch hier stehen lassen die jörg hören inspiring banner alle anderen einheiten und dann bloß ein angriff das klingt doch gut hauen wir den mal eine aufs maul ok da bekommen wir eine einheit rüber check this out wir reden wir ja ja ein heiler ein heiler ein heiler und das banner ab warcry give a friendly minion plus zu attack oder 7 damit hat er 9 10 10 sogar und damit müsste der auch Geschichte sein 10 10 11 11 14 15 15 16 20 20 20 20 21 22 23 24 this whole fiasco can wait. Victory! Head to the overworld to explore the frontier. Okay, das heißt wir haben jetzt hier quasi ein Tutorial beendet. Schauen wir uns das mal an. Okay. With the queens death the shards have started to fall from the sky. Princess Evelyn has assigned you to an outpost in the frontier. This is your base of operations. From here you can practice against bots built custom decks or found your own house. When you are ready return to the overworld to play PvP games. Okay Leute, das war das Tutorial und sah auf den ersten Blick ganz interessant aus. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich werde halt noch ein, zwei Folgen machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, Kommentar, Abo da. Und wir sehen uns mit der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Und tschau. Und tschau.